Servus bester, ich ist euer Franz und in einer weiteren Folge hier Westerford Chills LS13 Das Feld ist fertig eingesägt, jetzt fangen wir dann an das Feld zu dünnen mit einem dünnen Streuer und dann schauen wir mal ob wir jetzt wieder eine Mission kriegen oder wie oder was Mal schauen Das ist nur so breit die Ausschmessstelle, wow Ich fahre aber oft mit dem dünnen Streu hier entlang Kann ich das nicht weiter einstellen, was ist denn los? Okay, das ist nicht so der Fall Ja, jetzt so passt das Spannend Ich stelle, wenn man da einen fahren darf Auf der Stufe 2, okay Stufe 2 Ah, das war Wahnsinn 22 kmh Und so schmal Okay 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 Ich bin gespannt, wie oft ich das jetzt auffüllen muss Ja, er kriegt die Runde Wahnsinn, was gibt es denn jetzt? Jetzt gibt es 8900 Euro zu verdienen Wow, da hat wer das Mineralwasser verschlampt Das müssen wir mal schauen Zeitlimit 5 Minuten 49 Sekunden Frontlader, ja, wir nehmen natürlich es an So, starten wir jetzt wieder Jetzt kommen wir hinein, müssen wir in die nächste Vision Ach, ich muss jetzt den selben Zug wieder hinfahren Wo ich davor war Kann man auch irgendwann langfahren? Ich glaube schon Ah ja, rundum leuchten muss natürlich sein Okay, das ist hier die eine Straße Ach, ey Was für ein Umweg Also Ich glaube, da wäre ich andersrum schneller gewesen Zumindest habe ich jetzt 33 kmh drauf gehabt dawND Vielleicht habt ihr Glück wie bei der letzten Mission dass die Palette auf der Gabel bleibt Also vier Kisten Mineralwasser. Eine Datenparty. Machen die gespritzten Apfelsaft. Wow. Wieder wie letztes Mal. Und... Eieieiei. Caramba. Nein. Nein. Das kann doch nicht sein. Und jetzt hiermit steht die so blöd da. Ob ich das schaffe. Ah, ich muss zu... Haben sie eine Gartenparty. Bei der... Ah, da laufen welche auf dem Campingplatz rum. Bei der Getreidemühle. Da muss ich also hin. Ist schon so viel Zeit verloren. Ob das so gut geht, ist ne andere Sache. Ja. Jo, ich war untenrum. Mir tut besser sein. Nein. Hoffentlich haben wir keinen Zug. Nein. Immer diese Raser. Nein. Nein. Ach man, die scheiß Knicklenkung. Mei, mei, mei. Ach, herrje. Ob ich das schaffe, ist eine andere Sache. Der Weg ist noch soweit, noch zweieinhalb Minuten Zeit. Wenn die Leute die Mineralwasserflasche nachher aufmachen, spritzt sie ganz voll. Dann sagen sie, Franz, was haben sie gemacht? Dafür sollen wir ihnen so viel Geld zahlen. Schließlich meine Unkosten. Falls ich es schaffe. Ja, zwei Minuten sind noch. Oh, voll heiß. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist kaum zu glauben, dass das Zimmer der erste Spieltag ist. Jetzt gespielt an diesem Spielstand knapp neun Stunden. Dann gehen wir gleich in den zweiten Rund da. Wahnsinn. Jawohl, wir haben es geschafft. Oh, ein Zeitbonus von 420 Euro. Ich kann nur eins sagen. Der neue Drescher rückt langsam näher. Schalten wir mal ab. Ja, Leute. Ich sage hier jetzt wieder Servus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Euer Franz.